Wasser bedeutet Leben Wasser ist unerlässlich für die Herstellung von Nahrungsmitteln und für die Gesundheit. Wasser liefert uns Energie, generiert Einkommen und lässt die Natur gedeihen. Für die meisten von uns ist sauberes Trinkwasser selbstverständlich, aber fast ein Drittel der Weltbevölkerung verwendet verschmutztes oder aus anderen Gründen inakzeptables Trinkwasser. 2,5 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu guten sanitären Einrichtungen, eine Milliarde davon müssen ihre Notdurft im Freien verrichten. Zwei Drittel dieser Menschen leben in ländlichen Gebieten. Gleichzeitig werden unsere Wasserressourcen verschmutzt. In den Entwicklungsländern werden 90 Prozent des Abwassers nicht gereinigt. Tag für Tag landen zwei Millionen Tonnen Abwasser und Abfall direkt in Flüssen, Seen und Küstengebieten. Wenn wir so weitermachen, wird der Wassermangel zu einer der größten Bedrohungen für die Menschheit. In der Schweiz verfügen wir glücklicherweise über ausreichende und ausgezeichnete Wasserressourcen. Aber viele Importprodukte, namentlich Lebensmittel, sind extrem wasserintensiv und stammen aus Gegenden, in denen Wasser knapp ist. Tatsächlich entstehen 82 Prozent des Wasserfußabdrucks der Schweiz außerhalb unseres Landes. Um die daraus resultierende Verantwortung wahrzunehmen, investiert die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit jedes Jahr rund 160 Millionen Schweizer Franken. Davon gehen 38 Millionen Franken an das Globalprogramm Wasserinitiativen zur Verbesserung der weltweiten Wassersicherheit. Mit diesem Engagement fördern die Schweiz und ihre Partner Innovation und Technologie. Unsere Kooperation basiert auf der Tatsache, dass der Zugang zu Wasser und sanitärer Grundversorgung ein Menschenrecht ist. Wir vermitteln Wissen, stärken Partnerschaften und mobilisieren politische Unterstützung für einen gleichberechtigten Zugang zu Wasser- und Sanitärversorgung und für gute Wassergouvernance. Außerdem stellen wir technische Lösungen für eine effiziente Bewässerung und fundierte politische Empfehlungen bereit. Die Schweiz betreibt außerdem eine aktive Wasserdiplomatie, um Konflikte über gemeinsame Wasserressourcen zu vermeiden. Weltweit gibt es 263 grenzüberschreitende Seen und Flussbecken. Zahlreiche Länder müssen ihre Wasserressourcen mit den Nachbarstaaten teilen. Mit dem steigenden Wasserbedarf dürfte auch der Wettbewerb um die Wasserressourcen zunehmen. Unsere Arbeit fördert die Zusammenarbeit und hilft Nutzungskonflikte vermeiden. Für ein effizientes Wassermanagement sind außerdem umfangreiches Fachwissen und zuverlässige Daten erforderlich. Aus diesem Grund unterstützen wir Entwicklungsländer bei der Stärkung ihrer Institutionen und Messinfrastruktur. Wir arbeiten auch mit dem Privatsektor zusammen, um Risiken zu erkennen und dessen Wasserverbrauch zu senken. Können wir also die Wasserkrise bewältigen? Die Prognosen sind düster. Die Antwort aber ist einfach. Wir können und müssen. Globale Wassersicherheit begünstigt unsere Wirtschaft, schont unsere Umwelt und reduziert Armut. Nicht-Handeln verursacht ungleich höhere Kosten als ein koordiniertes Handeln. Je länger wir warten, desto teurer wird es. Die Schweiz und ihre Partner stellen sich der Herausforderung mit Entschlossenheit. Regierungen, Bürgerinnen und Bürger und der Privatsektor können die Wasserkrise gemeinsam bewältigen und einen Beitrag zur Wassersicherheit auf der Erde leisten. Wir sehen uns nathe務 und werden bis zum nächsten Mal ab. Die состо zacche Nationalsten, für toda die Macht und die amerikanische Unterlagen beistete phenomena mit SATA & EFK-isedCOM. Vielen Dank.